Karl Friedrich Hermann von Bären war ein preußischer Generalmajor. Leben, Herkunft Karl Friedrich Hermann war der Sohn von Karl Ludwig Ernst von Bären und dessen Ehefrau Ortonia Rudolfein, geborene von Otterstedt. Sein Vater war er per auf Groß- und Kleinbären sowie bei Colts Militärkarriere. Bären wurde 1764 als Estendertenjunker im Regiment Gens de Amis der preußischen Armee angestellt. Hier wurde er am 12. Mai 1765 Kornett und am 10. Oktober 1771 Leutnant. Als solcher nahm Bären mit seinem Regiment 1778-79. am Bayerischen Erbfolgekrieg teil. Im weiteren Verlauf seiner Militärkarriere wurde er am 1. Juni 1786 in den Johanniterorden aufgenommen und am 22. Januar 1787 zum Rittmeister. Befördert sowie zum Eskadron-Chef ernannt. Als Major war Bären 1794-95. beim Feldzug in Polen. Am 9. Mai 1797 wurde er dann zum Dragoner Regiment von Ansbach bei Reut Nummer 5 versetzt und im Jahr darauf zum Oberstleutnant befördert. Als Oberst wurde Bären am 16. Oktober 1800 Kommandeur des Kürassier-Regiments von Malchitzki. Nummer 2. Anlässlich einer Revue zeichnete ihn König Friedrich Wilhelm III. für seine langjährigen Verdienste am 22. Mai 1801 mit dem Orden Purley-Meritt aus. Nach dem Abschied des bisherigen Inhabers wurde Bären am 17. Oktober 1805 schließlich Chef des Kürassier-Regiments von Schleinitz. Nummer 2. Am 20. Mai 1806 wurde er mit Patent vom 29. Mai 1805 zum Generalmajor befördert. Bären führte sein Regiment 1806 während des Vierten Koalitionskrieges gegen die Franzosen in der Schlacht bei Jena und Auerstedt. Nach dem Frieden von Tilsit wurde er 1807 auf halbes Gehalt gesetzt. Eine weitere Verwendung in den Befreiungskriegen erfolgte nicht mehr. Bären wurde am 2. September 1813 mit einer jährlichen Pension von 800 Talern der Abschied gewährt. Er verstarb unverheiratet am 8. April 1817. 1. Mai 1808 Untertitelung des ZDF, 2020